Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin heute im Kloster Eberbach und das Wetter ist schon mal vorzüglich. Ich werde mir das hier mal anschauen und nehme euch mit. Nachher geht es noch auf eine kleine Rundwanderung. Ich bin gespannt, was mich alles heute erwartet. Hier hinten, wie ihr seht, da ist das Kloster Eberbach und da gehe ich jetzt mal hin. Das Kloster Eberbach und da gehe ich jetzt mal hin. Das Kloster Eberbach und da gehe ich jetzt mal hin. Das Kloster Eberbach und da gehe ich jetzt mal hin. Das Kloster Eberbach und da gehe ich jetzt mal hin. Das Kloster Eberbach und da gehe ich jetzt mal hin. Das Kloster Eberbach und da gehe ich jetzt mal hin. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und mit der Geschichte und auch mit dem Blockbuster Der Name der Rose Es gibt ein paar Filmausschnitte Es ist halt irgendwie schon sehenswert und perfekt für einen Tagesausflug Ja, ich fahre jetzt heim und gönne mir demnächst noch einen guten Rieslingwein Und mal schauen, wo es mich demnächst wieder mal hinverschlägt Und der nächste Blockbeitrag kommt Also, bis dann!